Hi Leute und am 10.03.2012 gibt es einen Livestream, nicht nur mit mir alleine, sondern mit einem Kumpel. Wir zocken MB3, Minecraft, vielleicht, also vielleicht Minecraft, vielleicht noch ein paar andere Games. Schaut vorbei, um 19.30 Uhr geht es los, am Samstag, dem 12.03. Bis dann Leute, tschüss. Bis dann. 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 Bis dann.